Hallo! Hier ist Krypto, ist rot dieser. Mario gesetzt Short. Ihr gesehen? Triangle? Hier. Boom. Short. Na? Gucken. Also, ja. Leute, das wird nur ganz kurz was. Ja, ich habe vorhin den Short angesetzt, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich kriege immer wieder Mails von euch oder Kommentare. Ja, Mario, ich bin dir total dankbar dafür, dass du den Kanal machst. Ich habe von dir schon viel gelernt. Ich habe schon einiges, sage ich mal, an Gains gemacht. Oder, sage ich mal, ich habe viel Geld an der Seitenlinie, das ich jetzt vielleicht verzockt hätte. Kann ich dir denn irgendwie was Gutes tun? Leute, das Ziel dieses Kanals ist es, euch vielleicht davor zu beschützen, euch ein bisschen was beizubringen. Und ich freue mich einfach wirklich sehr darüber, dass ihr Gewinne macht oder, dass ihr euer Geld nicht verpulvert oder einfach etwas lernt. Das ist für mich das Wichtigste. Na? Und ich habe jetzt, wie gesagt, schon die ein oder andere Mail gekriegt. Mario, ich möchte dir gerne Geld schicken. Kannst du das für mich investieren? Nein. Kann ich nicht. Mache ich nicht. Das hier alles ist keine Anlageberatung. Ich möchte, dass ihr das selber macht, dass ihr das lernt und das später auch selber machen könnt. Wenn ihr keine Lust, keine Zeit dazu habt, investiert einmal irgendwann in Coins. Hottet die, lasst die liegen, macht nichts, macht die Augen zu, verkauft die nach 10 Jahren und freut euch ein Ast ab. Oder verkauft die alle 4 Jahre und setzt dann einen dicken Short an für den Bärenmarkt und freut euch dann auch jedes Mal. Aber ich werde kein Geld annehmen, um damit zu traden oder irgendetwas. Jetzt habe ich den einen oder anderen, der wirklich, sage ich einfach mal, hartnäckig ist. Mario, ich möchte dir unbedingt gerne was zukommen lassen. Mario, gib mir deine PayPal-Adresse und hier und da. Leute, ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Aber nehmt das Geld, was ihr verdient. Nehmt das Geld, das ihr nicht verloren habt. Gebt es aus. Macht wirklich etwas Schönes davon. Ladet eure Frau, eure Freundin, euren Freund in Urlaub ein. Geht schön essen, geht ins Kino, es hat alles wieder auf. Freut euch, macht was Tolles daraus. Wenn ihr wirklich nicht mehr wisst, wohin mit dem Geld? Sage ich immer, mich würde es sehr, sehr freuen, wenn einige von euch hier auf diese Seite gehen. Wünscht ihr was? Spendet hier eine Kleinigkeit. Das ist, ja, eine Seite, die schwer kranken Kindern Herzenswünsche erfüllt, die es vielleicht nicht... deren letzter Wunsch ist vielleicht ist, mal etwas Schönes zu machen. Geht dahin, spendet eine Kleinigkeit. Das kommt den Kindern zugute. Wer selber Kinder hat, weiß, wie wichtig das Ganze ist. Und wer wirklich dann immer noch nicht weiß, nachdem er hier gespendet hat, wohin mit seinem Geld? Und der geht auf irgendein Video von mir, macht hier die Beschreibung auf, und hier unten steht, unter Punkt 1, meine Amazon Wunschliste. Das ist eine sehr, sehr lange Liste, die ich immer anlege für irgendwelche Sachen, die ich mir zwischendurch mal kaufen muss, kaufe, brauche, die ich andauernd brauche. Da gibt es Sachen, die kosten 85 Cent, da gibt es Sachen, die kosten 200 Euro. Aber die brauche ich zwischendurch irgendwann mal. Wenn ihr also absolut keine Ahnung habt, was ihr mit euren Millionen machen sollt, geht auf die Liste, kauft eine Kleinigkeit für 5 Euro oder mehr oder weniger. Ich bin für alles dankbar. Aber wenn ihr Geld wirklich überhaupt macht, macht was Tolles damit, damit ihr wisst, hey, das Traden lohnt sich vielleicht für mich. Oder hier, geht auf die Seite und tut den Kindern was Gutes. Das ist viel wichtiger, als dass ich irgendetwas bekomme. In dem Sinne wünsche ich euch einfach weiterhin einen wunderschönen Freitag und ja, freut euch, bald ist Wochenende.